Stahl rostet, wird aber sehr gerne in der Bauindustrie eingesetzt und Kunststoff hat eine sehr gute Beständigkeit. Und die Verbindung dieser zwei Welten, das ist die Isofilmfolie, die wir auch als Innovationspreis eingereicht haben. Es geht darum, die Kunststofffolie intensiv mit dem Blech zu verbinden, sodass die Folie den Korrosionsschutz und den Witterungsschutz für das Stahlblech übernimmt. Die Isofilmfolie ist eine Folie, die auf ein Stahlblech aufgebracht werden kann, ohne dass das Stahlblech chemisch vorbehandelt werden muss, weil diese chemische Vorbehandlung umweltschädlich ist.